Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu Mass Effect 3. Ich bin auf der Zitadelle und war hier gerade im Krankenhaus und habe Ashley besucht. Achso, und laufe auch wieder in die falsche Richtung zurück, weil wer hat der kann. Und wir kommen im absoluten Chaos und der Orientierungslosigkeit. Ich gehe jetzt in den Fahrstuhl da vorne und möchte mich jetzt hier einfach noch ein bisschen auf der Zitadelle umschauen. Und zum Rat muss ich natürlich auch noch, ich wollte nur erst Ashley besucht haben. Willkommen Commander Shepard, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, groß kann ich ja gar nicht was auswählen. Dann gehe ich jetzt mal zu den Botschaften, weil zur Undock-Bucht will ich ja nicht. Obwohl das natürlich schon angenehm ist, dass man jetzt vom Fahrstuhl aus direkt hin kann. Das ist so für... Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja, prima. Ah, prima, guck mal, hier kann ich dann nämlich auch gleich nochmal mit Avina reden. Hallo Commander Shepard, willkommen bei den Zitadelle-Botschaften. Der aktuelle Menschenbotschafter ist Dominic Osoba. Commander Bailey ist der diensthabende Offizier. Sie finden ihn im Bezirksbüro der Zitadelle-Sicherheit. Ach ja, ja, ich frag mal nach den örtlichen Besonderheiten. Was gibt es hier sonst noch? Dieser Bereich ist nur für Botschaftspersonal und C-Sicherheit freigegeben. Die Botschaft der Menschen ist stolz darauf, allen, die in ihre Zuständigkeit fallen, rasch zu helfen. Ja, zu anderen Zitadelle-Bereichen frage ich jetzt nicht. Das war's, danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an dich. Andere Sachen frage ich jetzt einfach aus dem Grunde nicht, weil ich gerne die Sachen selber erkunden möchte und dann so nach und nach werde ich mich an sie wenden. Die haben mir hier nichts zu erzählen. Jetzt gucke ich mal, hier ist auch nichts weiter. Ich muss, ähm, ich möchte jetzt hier einfach gucken. Könnten Sie mir wohl helfen? Ich suche meinen Sohn. Oh. Aber darüber haben wir doch bereits gesprochen. Ich habe Ihnen von seiner Mission erzählt und... Unsinn. Ich habe gerade die Formulare ausgefüllt. Okay. Er ist sehr verlässig. Okay, na das ist ja schon ein bisschen, na gut. Also die vermisst schon mal ihren Sohn. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. Gut, dann gehe ich mal hier weiter. Ach ja, mit Karte könnte ich mir natürlich wieder aufrufen. Und dann kann ich ja mal gucken, was gibt es denn hier. Bezirksrobotbüro der Zitadell Sicherheit. Da wird der Baileys drin sein. Da möchte ich auf alle Fälle einen kleinen Abstecher reinmachen. Okay. Ach, von da bin ich gekommen. Ja. Ähm. Dann gucke ich mal, ob der da ist. Einfach mal gucken, ob der Sohn von Fane hier eigentlich auch noch arbeitet. Wir haben hier kein Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Sie, Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Huhu. Das ist doch die, die ich schon mal umgehauen habe, ne? Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Ja, ja, die Menschheit hat Fragen. Was ist denn hier los mit der Presse? Scheiß Presse. Ja, vielen Dank. Sie wahren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Ja, warum haben Sie den Job denn dann überhaupt angenommen? Was ist los? Wenn das so ist, warum haben Sie dann angenommen? Man weist Ratshe Udina nicht zurück. Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Ja, das glaube ich. Politiker sind das Unkraut der Galaxie. Als Aufkleber käme der Spruch sofort auf meinen Schreibtisch. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war es das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Ja, nicht unbedingt, Mensch. Mir steht der Ärger bis zum Hals, aber wenn Sie was brauchen, helfe ich so gut ich kann. Dann frage ich doch mal zum Krieg insgesamt. Macht sich die Citadel kampfbereit? Es herrscht ein Gefühl falscher Sicherheit. Selbst Leute von gefallenen Planeten tun so, als sei alles gut. Nicht nur die Menschen. Alle belügen sich, um mit dem Schrecken fertig zu werden. Dann natürlich, ob es irgendwelche Probleme hier gibt. Ich dachte, es sei hier ziemlich ruhig. Verglichen mit dem, wo Sie herkommen, schon. Aber der Krieg ist überall zu spüren. Millionen haben Ihr Zuhause verloren. Und die meisten kommen hierher. Da haben Sie sicher viel zu tun. Die meisten meiner Männer arbeiten bereits beim Zoll. Aber es kommen zu viele, um sie alle durchzuschleusen. Passiert hier irgendetwas Wichtiges? Machen Sie Witze? Die Reaper unterdrücken die gesamte Galaxie. Da tagt der Rat praktisch rund um die Uhr. So viele Botschafter und Abgesandte haben hier noch nie ihre Anliegen vorgebracht. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Okay. Haben Sie Familie da draußen? Irgendwo eine Ex-Frau. Und unseren Sohn, er ist noch auf der Erde. Oh nein. Tut mir leid, Bailey. Ich mach's wie alle. Ich flüchte mich in das, was ich kontrollieren kann. Im Moment halte ich hier die Illusion von Sicherheit aufrecht. Das ist bestimmt der Bengel gewesen, den ich da im Schacht gelassen hab, ne? Oh Gott, nein, ey, scheiße. Udina hat sie zum Commander gemacht, oder? Ja, und inzwischen ist er eine noch größere Nummer. Mit sehr viel Ehrgeiz. Er hat Executor Pellen der Verschwörung verdächtigt und mich ermitteln lassen. Was Belastendes gefunden? Genug, um ihn zu verhaften. Pellen leistete Widerstand, ich erschoss ihn und wurde dafür von Udina befördert. Soweit ich das beurteilen kann, löscht ein Commander lediglich andere Brandherde. Na bravo. Es wird sicher noch schlimmer, bevor es besser wird. Falls es jemals besser wird. Ja, ich bin guter Dinge, irgendwann wird es immer besser. So ist das. Ist der Lauf der Dinge, ne? Aber manchmal steht man halt dann doch da und fragt, wieso wird es denn noch schlechter und noch schlechter? Jetzt könnte es aber mal langsam besser werden. Von wo bin ich denn gekommen? Ja. Da kann ich nicht rein. Ah, da ist, ähm, Udina. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetros verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass sie mir ohne einen Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht, ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Es ist jedenfalls besser, als herumstehen und diskutieren. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm Recht geben. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert, können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde, über das Proteanergerät raus so viel ich kann. Ja, danke, Liara. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie kann sie so blind sein? Commander. Commander. Ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelavans Primars Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann. Offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelavin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen, die ihn rausholen, ja, dann möchte ich aber auch dafür als Gegenleistung wenigstens mal dein Wort, dass dann irgendwas passiert, ne? Ich soll ihn also retten, in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten, Ihr Ratser hatte Recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primars Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelavin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Besser als Nixner. Ähm, da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Specter-Status wiederherzustellen. Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Ja, na gut. So. Tagebuch aktualisiert nach Pelavin. Soll ich? Aber ich möchte jetzt hier erst noch... erst noch gucken, oder? Das schaut schon echt sehr schön aus. Ach, so viele Kodex-Einträge auch. Mensch. Was gibt's denn hier? Kaffee. So. Was ist... Ich muss jetzt mal gucken. Warte mal. Auf meine kluge Karte... Was ist das denn hier? Botschaftsbüro ist... Ach, guck mal. Bezirksbüro für Specter aus Ruston. Ja, das wäre doch gar nicht so übel, ne? Das muss dann... Ist das hier? Ja, mhm. Specter-Status erkannt. Ja, das ist ja sehr cool. Okay. Da bin ich doch hier jetzt richtig, oder wie? Ja, bin ich hier genau richtig. Das ist perfekt. Wir wollen niemanden bekämpfen, der uns nichts getan hat. Und wir könnten es auch gar nicht... So, dann zeige ich mal. Willkommen. Willkommen im Specter-Informationsverarbeitungszentrum. Dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen oder Requirierungen. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics and Resonance im aktiven Dienst stehen. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, verwenden Sie bitte nebenstehendes Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht zurückverfolgbar durchführt. Informationen über die Quarianische Flotte Die Quarianische Pilgerin Yen Wohlan Nanema auf der Zitadelle erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Yen Wohlan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und Ermitter für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer nicht identifizierter Quarianischer Pilger nach einer Schiffspassage in der Nähe des Persosnebels erkundigt. Später soll er gesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die Quarianische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Persosnebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein, aber es liegt weder ein Angebot noch eine Anfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Quarianer sich vielmehr auf einen Konflikt mit den Gästen vorbereiten. Ach, gehen die jetzt da doch in den Krieg. Okay, so, da. Was gibt's denn hier? Kann ich mir eh noch nichts leisten? Alles klar. Naja, gut. So, was ist hier dann noch? Nichts vermutlich groß, oder? Schießanlage betreten. Och nö, das brauche ich nicht. Ich, ähm, ich muss nicht schießen. So, jetzt habe ich nur noch, dass ich da hinfliegen muss, aber ich würde eigentlich gerne... Ich gucke mich hier jetzt noch ein bisschen... Ach, hier ist gar nichts weiter. Schau mal. Na gut, das ist ja deprimierend. Ja, ich gucke mal. Logbuch wahrscheinlich, ne? Da, ja. Ja, den muss ich jetzt halt abholen. Na gut, dann entschuldigen Sie mich bitte. Dann husche ich mal Richtung Fahrstuhl, so ich ihn denn finde. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Das ist schon cool. Ah, wenn ich mit der rede, ich hau die nur wieder um, ey. Kommander Shepard, Khaleesa bin Sinan Al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz... Ich habe genug von Ihrem Schmieren-Journalismus. Diesmal nicht, Sie... Oh Gott, die Arme. Sie sind wütend, wie ich sehe. Aber ich bin hier, um der Erde zu helfen, nicht um Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie es. Ich hätte einfach weitergehen wollen. So, genau das ist der Grund, ja, warum ich hier ungerne mit der Presse zu tun habe. Ach, da kann ich gar nichts mehr machen jetzt. Hier, guck mal. So, hier gibt es nichts weiter, oder? Obwohl, wie gesagt, also ich denke schon, dass ich mit der anderen Presse-Tussi, weißt du, also wenn die nicht so doof ist, dann wäre vielleicht was bei rausgekommen, aber... Okay, Botschaft der Menschen, ja, prima. Hi, James. Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist... nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich. Aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen Sie sich zurück wie die Schildkröten. Und hoffen, dass es Sie nicht trifft. Das ist Ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Das wird ein bitteres Erwachen. Alle Spezies werden untergehen, wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Ach, echt? Unfassbar, dass man überhaupt darüber reden muss. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch. Was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich geh runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht auch nicht. Ja gut, dann glaube ich, bin ich auf diesem Deck sozusagen hier fertig auf der Zitadelle und würde dann im nächsten Part tatsächlich weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwas in Bewegung bringen. Ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag tschau. Bis zum nächsten Mal.